wir fahren an mit einem neuen video wir haben hier die oreo die mini oreo so rum wo muss ich den hinzeigen so für euch und testen die und wo haben wir die dann her die haben wir jetzt aus action aus dem action aus dem action genau und was haben die gekostet was das noch natürlich die haben es gekostet 1,99 ok und die sollen mini klein sein ja und vier packungen sind drin also das heißt man hat einen haufen mini zeug aus oreos wir öffnen das jetzt mal für euch und dann schauen wir uns das doch mal an so ja wieder zurück wir haben das jetzt mal für euch für euch geöffnet die büchse der pandora ja und zwar ist das ja ich glaube das kennt jeder der schon mal oreos gekauft hat diese tütchen dieses kleine plastik tütchen und da schauen wir mal rein wow da sind ganz viele oreos drin oh mein gott und die sehen wenn mal so jetzt raus den tütschen rausholen sehen die nämlich so aus also kleiner wie ein 50 cent stück es tut mir echt leid wegen den lichtverhältnissen hier aber meine softbox ist noch kaputt danke tatsächlich ist es wirklich kleiner wie ein 50 cent stück die creme passt schon ganz gut man sollte jetzt wirklich mal so was im größenvergleich du futterst das einfach du bist nicht professionell das ist die creme aber jeder der da schon meine tochter ja gleich wie gesagt das ist die creme ja schmecken tun sie super ich finde sie ganz ehrlich ich finde sie deutlich süßer ja echt ich probiere das jetzt auch mal ich weiß nicht ob es davon wird aber sehr sehr lecker elisa möchte ich da auch probieren sag mal wie schmeckt lecker okay und das ist ja nun mal da also kinder sind ehrlich was testen denn als nächstes mir gucken so dafür ist bis jetzt kommt dann rein wo ihr das bekommt und alles in das hat an sieben kilo zucker die möchte auch probieren wir verabschieden uns an dieser stelle wenn euch das video gefallen hat was sonst noch ein daumen nach oben da und abonniert uns auf den unten in der infobox verlinkten kanälen und bis zum nächsten video bye bye Musik 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 Musik